Das Buddha ist Erklärung für unsere Schwierigkeiten und unsere Möglichkeiten sind einfach und klar. Man muss sie wissen, man muss sich erinnern, man muss sie praktizieren und dann noch einmal rekapitulieren. Das heißt, das Erste ist also Information und das alles, was man bekommen kann. Alles andere muss man selber machen. Aber ohne diese Information geht es im Allgemeinen nicht. Spirituelle Genies werden sehr selten geboren. Und diese Information, die uns die großen Meister, so wie der Buddha und Jesus hinterlassen haben, wenn wir uns die einmal wirklich so merken, dass sie ein Teil unseres Gedankenguts sind, dann haben wir eine Möglichkeit. Wenn sie nicht ein Teil unseres Gedankenguts werden, sondern wir immer nur bei den Dingen bleiben, die auf dem Marktplatz geschehen, die also zum Überleben nötig sind, dann werden wir nie den Weg heraus aus den menschlichen Schwierigkeiten finden. Wir werden zwar momentane Annehmlichkeiten erleben, und das ist auch gut so, aber den Weg heraus werden wir nie kennenlernen. Das heißt also, wir brauchen Information. Die Information von dem Buddha über die Richtlinien, die er uns gegeben hat, ist sehr reichhaltig. Wir haben 17.500 Lehrreden. Und sie handeln sich immer wieder um drei Dinge. Auf Pali, Sila, Samadhi und Panya. Tugend, Konzentration und Weisheit. Aber man muss auch wissen, wie. Alle drei. Und der Buddha hat sie von allen Seiten beleuchtet. immer so passend für die Audienz, die er gerade hatte. Von vielen verschiedenen Richtungen. Sie sind heute, nach zweieinhalbtausend Jahren, genauso neu und genauso wertvoll, wie sie damals waren. Weil nämlich in Herz und Geist des Menschen sich nichts geändert hat. Die Technologie hat sich geändert. Und das ist alles. Alles andere ist genau dasselbe geblieben. Im Gegenteil. Wir sind in einem Zeitalter der Technologie, wo das spirituelle Leben immer mehr und mehr in Vergessenheit gerät. Es gibt zwar immer wieder hier und dort ein Aufflackern, aber die Tiefe der Spiritualität, der Religiosität, ist immer mehr in Vergessenheit geraten. Wenn wir also zu den Menschen gehören, die dieses Aufflackern zu einer Flamme bringen wollen, so brauchen wir dafür den Eintritt. Wir müssen wissen, wie hineinzukommen. Denn das, was die Welt um uns herum tut, ist genau das Gegenteil. Das, was die Welt um uns herum denkt, ist genau das Gegenteil. Die Welt um uns herum, die Menschen, zu denen wir genauso gehören, haben ein Interesse. Und das ist haben wollen, bekommen, werden. Mehr werden, mehr wissen, mehr bekommen, mehr sein, was immer es ist, wonach man geradeaus ist. Irgendetwas soll zu einem kommen. Der spirituelle Weg ist genau das Gegenteil. Loslassen. Bis am Ende nichts mehr loszulassen ist, weil alles losgelassen ist. Das erst einmal zu verstehen und zu verarbeiten, ist schon schwierig. Und dann zu können, ist noch schwieriger. Aber zumindestens verstehen. Weisheit bedeutet, dass wir erst einmal uns Wissen aneignen. Und dann, durch das innerliche Erleben, ein Erkennen kommt. Das erkannte Erleben, Innenerleben, bringt Weisheit. Das kann keiner lernen, das ist nirgends zu finden. Das kann man nur selber machen. Aber die Anstöße, die uns der Buddha dazu gegeben hat, wir es zu machen, sind ein so wertvolles, gut, das wir haben können, dass alleine da schon Dankbarkeit in unserem Herzen hochkommen kann, dass dies möglich ist, dass wir heute noch, nach so langer Zeit, den Zugang haben. Den Zugang muss sich aber jeder natürlich selber verschaffen, dem er sich merkt, um was es geht und dann es auch versucht. Es gibt viele, viele, viele Anleitungen des Buddhas und es ist nicht möglich, in einer Woche diese Anleitungen alle zu erfahren und zu erfassen. Selbst die, die ich euch erklären werde, sind natürlich nicht alle gleich zu erfassen. Aber einige davon werden schon eventuell durch das Praktizieren hängen bleiben. Muss aber von vornherein sich darüber klar sein, dass alle Anweisungen des Buddhas genau das Gegenteil sind, so wie die Welt denkt. Das heißt also, wenn man sie hört und dann eventuell versucht, sich zu merken, und dann der Geist damit nicht fertig wird, so liegt das nur daran, weil wir bis jetzt immer das Gegenteil gedacht und praktiziert haben. Die Meditation, wie ich schon bereits gestern sagte, ist nur ein ganz kleiner Teil der Lehre. Die Meditation ist das Geisttraining. Aber was mache ich denn mit einem getrainierten Geist? Damit muss ich ja mal irgendwas anfangen. Wenn ich den trainierten Geist nur trainiere, um zu trainieren, ist es wohl nicht sehr vernünftig. Mit diesem trainierten Geist muss dann etwas getan werden. Der Buddha hat erklärt, dass wir alle mit sechs Wurzeln ausgestattet auf die Welt kommen. Wenn wir uns das einmal vor Augen halten, wird uns schon von Anfang an klar werden vielleicht, wieso die Welt so aussieht, wie wir sie kennen. Oft unerfreulich, fast nie zufriedenstellend und immer ein Überbleibsel im Herzen, es müsste doch noch was anderes geben. Diese sechs Wurzeln haben drei böse Wurzeln und drei gute. Die Bösen heißen Gier, Hass und Verblendung und die Guten sind das Gegenteil davon. In Pali, Lopedosa, Moha, heißen sie einfach Nichtgier, Nichthass, Nichtverblendung. Da wird einfach ein A davor gemacht. Und dieses A davor ist die Nicht-Silbe. Aber wir können dafür noch andere Worte finden, um es klarer zu erkennen und das Gegenteil davon ist natürlich die Freigiebigkeit, die Großzügigkeit, die Gebefreudigkeit, die Liebe und die Weisheit. Die Wurzel, aus der alles entspringt, ist die Verblendung. Das Wort Verblendung sagt uns nicht genug, außer wir haben das Buddhist-Lernen bereits schon oft genug gehört, um uns das gemerkt zu haben, was das bedeutet. Das Wort Verblendung bedeutet nur eine einzige Sache und das heißt, dass wir an ein persönliches Ich glauben. Ich bin wer. Und durch diesen Glauben an dieses persönliche Ich kommt das alles andere ins Rollen. Nämlich, dass das Ich beschützt werden muss, dass das Ich unterstützt werden muss, dass das Ich größer, fester, besser, annehmbarer werden soll, dass es jemand sein muss. Ich bin jemand und will noch mehr jemand werden. und diese Grundlage ist die Grundlage der Schwierigkeiten, die die Menschheit erlebt. Wie man die Schwierigkeiten dann nennt, ist ganz egal. Manche Leute sagen, das sind Schwierigkeiten mit dem Partner und manche Leute sagen, es sind Schwierigkeiten mit dem Körper und manche sagen, es sind Schwierigkeiten mit dem Geschäft und manche sagen, es sind Schwierigkeiten mit der schlechten Regierung und manche sagen, es sind Schwierigkeiten mit dem Nachbarn oder mit den Kindern oder mit den Eltern und dann glaubt man, die Leute sind daran schuld, was immer es auch sei. Irgendwelche Möglichkeiten kann man sich aussuchen aus diesem ganzen vielseitigen Leben in der Welt, wo man sagt, ja, das ist nun meine Schwierigkeit, mit der habe ich nun Schwierigkeiten. Wenn das nicht wäre, dann wäre allerdings alles in Ordnung. und dann versucht man das, was da ist, loszuwerden oder zu ändern und dann hat man das entweder losgeworden oder geändert und dann findet man plötzlich eine neue Schwierigkeit und dann denkt man, dann muss ich die wohl jetzt loswerden und dann muss ich das ja wohl ändern und dann ist man lebenslänglich beschäftigt natürlich. Und wir haben natürlich lauter Möglichkeiten auch, dass sie zu übersehen, nur diese Schwierigkeiten, wenn die dann wirklich massiv sind, dann können wir sie nicht mehr übersehen, aber wir haben ja auch Möglichkeiten, das alles zu übersehen. Wir können einkaufen gehen, wir können Fernsehen anstellen, wir können Radio anstellen, wir können alle möglichen Sachen machen, telefonieren und so weiter und da können wir das alles übersehen natürlich. Aber in Wirklichkeit gibt es überhaupt nur ein einziges Problem, ein einziges und das ist die Illusion, die Verblendung, die Illusion, dass hier ein persönliches Ich existiert und dass wir mit diesem persönlichen Ich jetzt die Welt so arrangieren müssen, damit das persönliche Ich es da recht angenehm hat in der Welt. Da es aber fünf Milliarden persönliche Ichs gibt, die es alle angenehm in der Welt haben wollen, funktioniert es nicht. Geht einfach nicht. Und wenn man das nur schon lange genug probiert hat, und ich glaube jeder hier hat es nur schon lange genug probiert, wird jeder schon gemerkt haben, dass es einfach nicht funktioniert. Und dann sucht man sich irgendwelche Auswege. Und wenn der Ausweg dann die Meditation ist, so hat man wenigstens schon einen vernünftigen Entschluss getroffen. Aber es genügt nicht. Die Meditation alleine genügt nicht. Da muss Verständnis dazu kommen. Und das sind die Wege von Ruhe und Einsicht. Die Meditation kann, natürlich, soll sie auch Ruhe bringen. Aber wenn die Ruhe dann vorbei ist, dann ist das persönliche Ich doch wieder da und hat wieder dieselben Schwierigkeiten. Und dann glaubt man, ach, das muss wohl an der Meditationsmethode gelegen haben. Oder das muss wohl daran gelegen haben, dass der Lehrer nicht genug Bescheid wusste. Oder es muss wohl daran gelegen haben, dass vielleicht mit dem Buddhismus nichts ist, muss was anderes sein. Oder es liegt daran, dass das ja doch mit dem Partner nicht in Ordnung ist. Oder wo immer man auch glaubt. Aber in Wirklichkeit bleibt immer wieder dasselbe Problem. Ein einziges. Und so sieht das nun aus, dass wenn wir irgendein Problem haben, was uns gerade im Moment vielleicht besonders den Geist von der Meditation ablenkt, immer wieder dasselbe. Und wir haben nun schon das Etikett drauf geklebt, dass es immer wieder dasselbe. Dann muss man allerdings mal untersuchen. Wieso habe ich dieses Problem? Dann genügt es nicht mehr, jedes Mal das Etikett drauf zu kleben und wieder zurück zum Atem zu gehen. Denn wenn immer wieder dasselbe immer wieder kommt, dann muss man etwas stärkere Maßnahmen treffen. Und dann muss man nachfragen, wieso habe ich dieses Problem? Und dann die Antwort, die da kommt, als neue Frage benutzen. Immer wieder, immer wieder. Und die letzte Antwort, die man je bekommen kann, ist immer Ego. Aber das hat keinen Sinn, sich das nun vorzustellen, zu sagen, ach so, ich weiß schon, letzte Antwort ist Ego, und dann weitermachen. Sondern da muss man selber hinkommen. Ich gebe das nur vornherein schon Kund, damit man weiß, dass man noch nicht bis ans Ende dieser Frage gekommen ist, bis man nicht diese Antwort einmal bekommen hat. Und erst dann, wenn diese Antwort kommt, kann man etwas wirklich durchdringendes unternehmen. Auch dann ist es vielleicht noch nicht möglich. Aber auf jeden Fall hat man schon den Eintritt dazu. Man hat etwas geschaffen, wo man sich selber erkennt. Ob man es dann etwas unternehmen kann, ist eine zweite Frage. Das heißt also, dass aus dieser Verblendung jeder Hass und jede Gier entspringt. Diese Verblendung ist also das unterliegende Übel, das zugrunde liegende Übel und daraus entspringt alles. Nun muss man nicht gleich fürchterlichen Hass empfinden und auch nicht gleich entsetzliche Gier, obwohl das natürlich auch mit drin ist. Aber alles, was man nicht gerne hat, gehört zu der Rubrik Hass. Das kann Ablehnung sein, das kann Widerwillen sein, das kann irritiert sein, das kann ärgerlich werden sein, das kann ängstlich werden sein, die Furcht gehört auch dazu. Alles, was irgendwelche negativen Auslöser bringt, das gehört zu der Rubrik. Und die Rubrik Gier, die gehört, dazu gehört alles, was man haben will. Das ist ganz einfach. Aber da wir so entsetzlich viel haben wollen und so entsetzlich viel ablehnen, muss man erstmal versuchen, überhaupt die Achtsamkeit so weit zu bekommen, dass es uns klar wird, was da eigentlich in uns vorgeht. Und das ist natürlich gerade in einem Meditationskurs sowie diesen besonders günstig, weil wir uns beobachten können. Und dazu kommt dann die zweite Grundlage der Achtsamkeit. Die erste habe ich gestern Abend erklärt, ist der Körper. Und die zweite sind die Gefühle. Also wir können, wenn es angebracht ist, von der Grundlage der Achtsamkeit des Körpers zu der zweiten übergehen und auch die benutzen. Wir müssen sowieso alle vier benutzen, aber nicht alles auf einmal, sondern immer gerade die, die angebracht ist. Und zwar außerhalb der Meditation, aber auch, wenn nötig, innerhalb der Meditation. Wenn der Geist so abschweift, dass überhaupt keine Konzentration zustande kommt, dann kann man es auch während der Meditation einmal überprüfen, was ist es denn eigentlich, was gefühlsmäßig in mir vorgeht. Das, was wir ablehnen und das, was wir haben wollen, beschäftigt uns, das ganze Leben lang. Auch das gilt zu überprüfen. Und hier im kleinen, in dem Kurs gilt zu überprüfen, ob wir damit beschäftigt sind. Es sind nicht große Dinge, die man haben will und die man ablehnt. Wenn man das hat, dann merkt man das schon. Aber es ist immer zu und was. Hat man gesessen, möchte man aufstehen. Ist man aufgestanden, möchte man sich wieder hinsetzen. Hat man lang genug gesessen, möchte man sich hinlegen. Hat man sich hingelegt, möchte man spazieren gehen. Hat man gegessen, möchte man was trinken. Hat man nichts gegessen, sucht man was zum Essen. Hat man ist einem zu warm, will man sich ausziehen. Hat man immer ist irgendetwas. Irgendwas passt nicht. Ganz ruhig den Geist halten, ganz zufrieden, sehr schwierig. Ist allerdings möglich in der Meditation, wenn wir es aber nicht weiterführen können, außerhalb der Meditation, durch Einsicht, wird es uns auch durch die Meditation nicht gelingen, den inneren Frieden zu erlangen. Inneren Frieden können wir erleben, in der Meditation, aber nur durch Einsicht weiterführen. Die Gegenteile von diesen drei Wurzeln, mit denen wir auf die Welt kommen, sind natürlich auch in uns schon vorhanden. Denn wenn sie nicht in uns vorhanden wären, könnten wir ja das Gegenteil nicht in uns entwickeln. Es ist also als Wurzel vorhanden. Nur ist uns wahrscheinlich den meisten Menschen überhaupt nicht klar, dass es drei Wurzeln gibt, die sind auszumerzen und drei Wurzeln gibt, die zu entwickeln sind. Und dieses Entwickeln uns ständig auffordert, etwas zu tun mit unseren eigenen Gefühlen und Reaktionen. Unser ganzes Leben ist sozusagen ein Meditations Kurs. Auch wenn wir nicht die ganze Zeit meditieren, so ist es eine Aufforderung, das Innenleben zu reinigen und zu läutern. Die Meditation natürlich hilft uns dabei, aber nur begrenzt. Etwas bleibt übrig, aber nicht alles kann dadurch geläutert werden. Wir müssen unser tägliches Leben zur Läuterung verwenden. Wenn uns das nicht gefällt oder gelingt, gelingt uns die Meditation auch nicht. Wir haben nicht zwei Geistes Beschaffenheiten, eine die meditieren kann und eine die ärgerlich werden kann und die dann zusammengepasst werden irgendwie. Wir haben nur eine, einen einzigen Geist, der selbe, der sich in der Welt darum kümmert, etwas zu bekommen und der dann auf Meditationskissen sich darum kümmern soll, alles loszulassen. Schwieriger Zustand. Also wir müssen diesen Geist irgendwie einmal unterstützen, dass er, wenn er wirklich die Meditation von Interesse ist, dann müssen wir ihm auch außerhalb der Meditation diese Unterstützung geben, dass er sieht durch Achtsamkeit, wo das Loslassen im täglichen Leben nötig ist. Diese drei guten Wurzeln, die wir also haben, Gegenteil von Hass, Liebe, Gegenteil von Gier, das Geben Wollen und das Gegenteil von der Verblendung die Weisheit sind auch bei uns vorhanden. Nun ist es aber bei uns so, dass wir so viele Begrenzungen für diese drei guten Wurzeln immer in uns tragen, dass sie sich nicht richtig entfalten können. Das Buddhas Wort für Liebe ist Metta, M-E-T-T-A, was immer mit liebender Güte übersetzt wird, aber da liebende Güte ein Wort ist, das wir nicht in unserem Wortschaft sonst benutzen, so halte ich es nicht für stark genug, um uns einmal wirklich eine Idee zu geben, um was es sich da handelt. Und daher benutze ich das Wort als Liebe, aber das Wort Liebe und auch das Gefühl, was uns ja allen geläufig ist, haben wir von vornherein durch unsere Ich-Illusion falsch verstanden. Und daher auch üben wir es falsch aus. Und da wir es falsch verstehen und falsch ausüben, ist es nicht befriedigend. Es hat immer den Anschein, als ob es nun einmal ganz richtig und ganz richtig befriedigend sein wird und dann zerbricht dieser Anschein wieder. Weil der nichts weiter war, wie eine Versuchung, der wir verfallen waren. Denn wir glauben, dass Liebe etwas zu tun hat mit einer Person oder mit einem Ideal oder mit zwei oder drei Personen. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist eine Idee, die wieder herausgekommen ist aus dieser Ich-Illusion. Und diese Ich-Illusion, die so begrenzend ist und uns immer wieder in Schwierigkeiten bringt, hat auch das Gefühl begrenzt. In Wirklichkeit ist Liebe eine Qualität des Herzens weiter gar nichts. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wer da ist. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob überhaupt jemand da ist. Genau wie Intelligenz eine Qualität des Geistes ist, die ja auch nichts damit zu tun hat, ob man nun gerade vor einer ganz schwierigen Aufgabe steht, die man lösen muss und deswegen nur dann hervorkommt, sondern die immer bei einem bleibt und in jeder Situation angewendet wird. So ist die Liebe genauso die Qualität des Herzens, die in jeder Situation ständig vorhanden und angewendet werden kann. Das kann man lernen und muss man lernen. Denn nur dann hat man einmal die Möglichkeit inneren Frieden zu haben. Wenn man das erlernt, so weiß man, wozu jede Situation im täglichen Leben überhaupt gekommen ist. Nämlich um ein Das zu lehren. Jedes Zusammentreffen mit anderen Menschen ist eine Aufforderung dazu. Diese Aufforderung zum Lieben, die wir also durch jeden Menschen bekommen, wird uns manchmal besser gelingen als andertags. Manchmal finden wir jemand liebenswert und dann sind wir in der Lage das zu empfinden. Kleine Kinder zu lieben ist kein Kunststück, kann jeder. Aber unfreundliche Chefs zu lieben, das ist schon schwieriger. Das heißt also, man kann sich freuen, wenn man in so einer Situation ist, denn dann wird man wenigstens einmal herausgefordert, um zu lernen, was es bedeutet, ein liebendes Herz zu haben. Ein liebendes Herz zu haben, ist vollkommen unabhängig davon, ob ein anderer liebenswert ist. Denn wenn wir nur dann unser Herz zur Liebe bringen können, wenn wir einen liebenswerten Menschen finden, so stehen wir immer mit Angst der Situation gegenüber, dass dieser liebenswerte, den wir uns ausgesucht haben, aus diesen ganzen 5 Milliarden, dass der uns verloren geht. Und zwar vielleicht, weil er uns selbst nicht mehr liebenswert findet, oder weil er stirbt, oder weil er überhaupt jemand anders sich sucht, oder aus irgendeinem Grund. Das heißt also, dass unsere Liebe, die wir diesem einen Menschen gegenüber bringen, nie eine reine Liebe ist, sondern immer mit Angst verknüpft. Und Angst gehört zu der anderen Kategorie, zu der anderen Rubrik, zu der Hass-Rubrik. Bedeutet nicht, dass wir diesen Menschen hassen, wir hassen nur die Idee, dass er uns verloren gehen kann. Wir abhängig. Unsere Liebe ist vollkommen abhängig. Abhängig von dem Liebesgefühl des anderen und abhängig davon, dass der andere auch da ist. Und dann, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann schnell einen anderen suchen. Damit wir glauben, dass wir selber liebenswert sind. Bedeutet also nicht nur, dass wir eine Ego-Unterstützung brauchen, liebenswert erscheinen, sondern wir warten darauf, dass ein anderer die Liebe im Herzen hat, statt das sie selber zu haben. Erst wenn wir sie selber haben, dann wissen wir, was es bedeutet, wie es sich anfühlt und können, wenn wir uns damit beschäftigen, es auch so vergrößern und erweitern, dass es eines Tages das Herz ausfüllt und wenn es das Herz ausfüllt, dann ist für Ärger und Ablehnung kein Platz mehr. Wenn das Herz mit einem Sache ausgefüllt ist, ist für andere Dinge nichts mehr übrig. Aber dazu gehört nicht nur der gute Wille, der wird vorausgesetzt, der gute Wille. Dazu gehört viel mehr als nur guten Willen zu haben. Denn der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und das hat bestimmt jeder schon erlebt. Die besten Vorsätze gehen zum Wind, weil es einfach nicht funktioniert. Es gehört dazu tiefe Einsicht. Es gehört dazu als erstes, dass wir uns über unser eigenes Karma einmal klar werden. Dass wenn wir ablehnend, ärgerlich, wütend, gehässig, eifersüchtig irgendeins von diesen Dingen sind, uns nur selber schaden, keinem anderen. Dass wir unser eigenes Karma fabrizieren, so dass wir solche Resultate bekommen, die dazu passen, zu dem was wir getan haben. Und nicht, dass das Karma nun sofort kommt, es kann ein Jahr, eine Woche, zehn Jahre später kommen. Es kann aber auch sofort erkannt werden. Denn wenn wir gehässig sind oder ärgerlich und ablehnend und Widerwillen haben, so fühlen wir uns sofort nicht gut. Wir brauchen gar nicht zu warten. Und dann fühlen wir uns sofort in einer Situation, die uns unangenehm ist. Wieso? Durch unsere eigenen Reaktionen weiter gar nichts. Wir haben also Ursache und Wirkung sofort erlebt und können das ständig erleben. Das heißt also, es ist sehr wichtig, an das eigene Karma sich zu erinnern. Das ist der erste Schritt zur Weisheit. Das eigene Karma ist das, was ich denke, sage und tue. Nichts anderes. Und wenn wir darauf aufpassen, so haben wir schon einmal einen Schritt gemacht, um zu erkennen, dass unsere Lieblosigkeit nur auf uns selber zurückfällt und auf keinen anderen. Dass Liebe nichts damit zu tun hat, ob wir wiedergelebt werden. Dass Liebe nichts damit zu tun hat, ob wir etwas bekommen, sondern dass Liebe nur damit zu tun hat, etwas zu geben. Liebe bedeutet geben. Liebe geben, das Herz geben, weiter gar nichts. Und wieso hilft uns das? Erstens einmal hilft es uns, unsere Ego-Beschaffenheit und ständiges Ich-Interesse einmal loszulassen und zu geben, ohne dass wir erwarten, dass uns was zurückkommt. Und zweitens einmal ist es die Möglichkeit, das Herz zur Ruhe zu bringen, das nicht immer negativ reagieren kann, sondern jetzt lernt positiv zu reagieren. Der erste Schritt der Einsicht ist das Karma. Es ist mein eigenes Karma, was ich da mache. Der zweite Schritt ist, dass überhaupt nichts damit zu tun hat, wie andere Leute sind. Das ist deren Karma. Wenn jemand anders unangenehm ist, unverständlich, lieblos, das ist doch dessen Menschen Karma, nicht meins. Dass ich darauf reagiere, ist mein Unverständnis. Dass ich darauf reagiere, ist mein nicht trainierter Geist, nicht des Anderen. Der Andere ist nur der Anlasser, weiter gar nichts. Das gehört dazu, zu wissen, dass es nur um mich geht, wenn ich liebe, empfinden will. Wenn wir das einmal, diese beiden Dinge schon einmal verstanden haben, dann müssen wir auch noch mehr uns damit beschäftigen, dass die ganze Universum eine Existenz ist. Dass es zwar eine optische Illusion ist, dass wir jeder separat sitzen, jeder ein separater Mensch ist, aber das ist nur optisch weiter gar nichts. Schon vor Jahrzehnten haben unsere Wissenschaftler festgestellt, dass es nicht einen einzigen soliden Bauklotz im ganzen Universum gibt. Es gibt nichts weiter wie Energieteilchen, die ständig zusammenkommen, auseinanderfallen. Und hätten unsere Wissenschaftler zu der Zeit sich selber mit einbezogen in dieses Wissen, dann werden sie längst erleuchtet. Aber sie haben nur hingeschaut und dasselbe machen wir. Wir glauben es ihnen, weil sie sind ja sehr kluge Leute und schauen hin. Aber wir glauben nicht, dass wir das sind. Wir glauben immer noch, wir sind ein solider Bauklotz, der Ich heißt. Und dieses Ich, dieser solide Bauklotz, der will geschützt, geliebt, unterstützt, geachtet sein und Dinge haben und bekommen, die er glaubt zu brauchen. Wir glauben also immer noch, es gibt separate Individuen, die alle wie ein solides Etwas im Universum sitzen. Ob wir nun das glauben oder nicht, es hilft uns, wenn wir es nicht mehr glauben, aber die Hauptsache ist, dass es einmal eines Tages erlebbar ist. Dass es erlebbar ist, dass es überhaupt kein separates Individuum gibt. Das ist meditativ erlebbar. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir das meditativ erleben, so ist es natürlich viel einfacher. Liebe für einen anderen zu empfinden, denn wer ist denn der andere? Ist ja niemand anders, ist ja alles man selber. zu diesem Punkt zu kommen, muss allerdings die Meditation schon so weit fortgeschritten sein, dass man sich nicht mehr mit der Methode rumzuschlagen braucht. Und das ist auch den meisten Menschen, die bei der Meditation dabei bleiben und Anleitung bekommen, möglich. Es ist sehr selten, dass man einen Menschen findet, der nicht meditieren kann. die meisten Menschen können es nicht, weil sie es nicht tun. Und so ist es ja wohl mit allen Dingen. Es ist eine Fähigkeit, die erlernbar ist. Und wenn wir durch diese erlernbare Fähigkeit das Ganze erkennen und nicht nur dieses separate Ich, haben wir einen ganz anderen Zugang zu den guten Wurzeln in uns, zu diesem Gefühl des Miteinander Verbundenseins. Um die Liebe zu praktizieren, gibt es erstens einmal die liebende Güte Meditation, die wir hier jeden Abend machen werden. Dann gibt es die Möglichkeit in sich zu erkennen, woran es fehlt, wieso das Liebegefühl so oft nicht da ist, wieso es so oft in Vergessenheit gerät, wieso es immer wieder darauf ankommt, was für Anlasser von außen kommen. Der Läuterungsprozess, den die Achtsamkeit und die Meditation bei uns ins Laufen bringen, muss weitergeführt werden, durch den Läuterungsprozess im eigenen Herzen. Wenn wir in unserem Leben eine Situation haben, wo wir viel Liebe geben können, dann ist das ein Auftakt dazu, das auch weiterzuführen. Haben wir in unserem Leben eine Situation, wo es sehr schwer ist, Liebe zu empfinden, dann ist das ein Auftakt dazu, das zu untersuchen. Liebe hat aber nichts damit zu tun, mit haben wollen oder behalten wollen, Liebe hat nichts damit zu tun, mit etwas bekommen, liebes reines geben, aus der Fülle des eigenen Herzens. Jeder hat sie. Das Einzige, was wir falsch machen, ist, dass wir das Herz mit anderen Dingen anfüllen, mit den Gegenteiligen Dingen, und daher überhaupt sehr häufig gar nicht herankönnen an die Reinheit und die Schönheit des Herzens, die ja das enthalten, aber die vollkommen überschüttet sind mit dem Gegenteil. Wir müssen also erst einmal erkennen, dass wir nur eigenes Karma machen können, dass es nie mit einem anderen was zu tun hat. Dann müssen wir erkennen, dass es keine Rechtfertigung dafür gibt, weil der andere so schlecht ist, dass ich ihn nicht lieben kann. Das ist eine Ausrede, die natürlich immer wieder hochkommt, weil es ja im Moment stimmt. Im Moment stimmt es ja, dass ich den anderen nicht lieben kann, weil er so unangenehm ist. Aber es muss erkannt werden, dass das nichts weiter ist, als die Unfähigkeit, die Reinheit des Herzens auszudrücken. Weiter nichts. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir uns wahrscheinlich immer mehr bemühen. Denn es ist wohl jedem doch schon ganz klar, dass wenn wir lieben, wir uns gut fühlen. Na, wie dumm kann man sein, sich schlecht fühlen zu wollen. Wenn wenn wir uns gut fühlen, wenn wir lieben, dann können wir doch die ganze Zeit uns gut fühlen. Da brauchen wir doch nicht aufzuhören damit. Aber im Prinzip wartet immer jeder drauf, dass da jemand ist, der einem dazu verhilft, sich gut zu fühlen. Aber jeder darauf wartet, funktioniert das nicht. Wir können uns immer gut fühlen. Wir haben alle Fähigkeiten in uns, uns immer gut zu fühlen, innerlich. Wir haben alle Fähigkeiten in uns, immer zu lieben. Wir haben alle Fähigkeiten, die Negativitäten in uns auszumerzen. Wir müssen nur erstens einmal gewillt sein und auch erkennen und den Vertrauen haben, dass wir das können. Die liebende Güte Meditation ist nur ein Schritt dazu natürlich. Jeder Mensch, den wir vor uns sehen, ist eine Aufforderung. Wenn wir jeden einzelnen Menschen als eine Aufforderung betrachten dazu, dann haben wir genügend Material, um zu praktizieren. Denn jeder hat genügend Möglichkeiten, andere Menschen vor sich zu haben. Hier zum Beispiel, wo wir nicht miteinander uns unterhalten, ist die Möglichkeit etwas einfacher. Jeder ist eine Aufforderung ins Leben. Und wenn man ja keine Worte hört und keine Argumente hat, so dürfte das etwas einfacher schon sein. Im Allgemeinen fällt es jedem noch reichlich schwer. Ruhig mal probieren, wie das funktioniert. Herangehen an das innere Gefühl, das sich gemeinsam fühlen, herangehen an das Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Miteinanderseins, des Geben Wollens, die Wärme des Herzens ausbreiten wollen. Es sind alles Praktiziermöglichkeiten, die für jeden vorhanden sind und für jeden wichtig sind. Wenn wir es hier schaffen, ist noch nicht gesagt, dass wir es da draußen schaffen, aber auf jeden Fall haben wir mal ein Muster, wie es sein kann. Wenn wir uns damit beschäftigen, dann sind wir damit beschäftigt, den Läuterungsprozess unserer Emotionen vorzunehmen. Der ganze Pfad des Buddhas ist ein Läuterungsprozess. Der Pfad der Läuterung und so kann man das Buddhas Lehre bezeichnen als eine Lehre von Ursache und Wirkung, als den Pfad der Läuterung, als den mittleren Weg. Es gibt viele Namen für das Buddhas Lehre. Alle sind zutreffend. Die Läuterung, die die Meditation vornimmt, automatisch kann nur stattfinden, wenn wir sie auch unterstützen. Und da, wie ich bereits sagte, kommt hier in diesem Fall die zweite Grundlage der Achtsamkeit ins Spiel, unsere eigenen Gefühle zu erkennen. Sind die Gefühle jetzt negativ? Nicht nach einem Grund dafür suchen. Ich denke jetzt, ich fühle jetzt negativ, ich fühle mich jetzt ärgerlich oder ablehnend, weil weil es zu schwierig ist zu sitzen, weil es zu warm ist, weil es zu kalt ist, weil es dies ist, weil es jenes ist, es nutzt überhaupt nichts. So spielt die Welt. Es gibt nur eine Art und Weise damit umzugehen und das ist das Ersetzen. Sofort Ersetzen. Nicht glauben, dass man nun Recht hat, weil. nicht einen langen Aufsatz schreiben, wieso alles schlecht ist und ich daher also natürlich berechtigt bin, negativ dafür zu empfinden, sondern ersetzen. Und das ist die Hauptsache des Pfades der Läuterung. Genau, das habe ich bereits erwähnt gestern, genau wie wir die störenden Gedanken bei der Meditation so bald wie möglich mit dem Meditationsobjekt ersetzen und daher diese Aktion des Ersetzens erlernen, das ist eine Geistesaktion, genauso müssen wir die selbe Aktion vornehmen außerhalb der Meditation und zwar alles was negativ ist mit dem positiven Ersetzen. Wenn man sich also jetzt irgendein negatives Gefühl kennenlernt in sich selber, so sofort es mit etwas ganz anderem setzen, was nicht mehr negativ ist, so schnell wie möglich. Denn wir machen immer tiefere und tiefere Forschen in Herz und Geist mit unseren Negativitäten und am Ende haben wir sie so eingeforscht, dass wir schon gar nicht mehr anders können. Und es gibt den kleinsten geringsten Anlass und wir sind schon negativ. Es braucht gar nicht viel passieren. Haben wir das noch nicht eingeforscht so, dann ist es viel einfacher das Ersetzen vorzunehmen. Jeder hat die Möglichkeit das zu lernen, jeder hat die Fähigkeit das auszüben. Wenn also irgendein Ärger hochkommt, ein Gefühl des Ärgers oder ein Gefühl der Ablehnung oder ein Gefühl der Angst oder ein Gefühl des Irritiert Seins, sofort erkennen, das ist nicht gut für mich selber. Nicht versuchen den Anlasser auszumerzen. Die Anlasser dafür auf der Welt sind so zahlreich, dass wir nie zum Ende kommen werden. Wenn wir jeden Anlasser, der uns zum Irritiert Sein bringt, ausmerzen wollen, da können wir nie fertig werden. Und davon sind wir ja auch immer ständig beschäftigt mit solchen Dingen. Sondern erkennen, dass ich mir selber nur wehtue, wenn ich etwas Negatives in mir rumtrage. Und je länger ich es in mir rumtrage, desto mehr tue ich mir selber weh. Es ist wie ein Dorn, dem man sich in den Finger sticht. Je länger der da drin bleibt, desto mehr kann es leicht zum Eitern kommen. Je länger man das da drinnen in sich drin lässt, desto schlimmer wird's. Das heißt also, sofort an etwas ganz anderes sich erinnern. An die Dankbarkeit, die man haben kann dafür, dass die Lehre des Buddhas einem zugängig ist. An die Freude darüber, dass man meditieren kann. An das sich selber sein bester Freund sein. Was immer man will, etwas, was positiv ist. Und je schneller man das tut, desto schneller kann man das dann auch in der Meditation tun. Da kann man so schneller von dem Gedanken weg, von dem Störenden zurück zum Meditationsobjekt. Das heißt also, dass wir die Zeit außerhalb der Meditation genauso verwenden wie eine Meditationszeit, nämlich mit Achtsamkeit auf uns selber. Je mehr wir unsere eigenen Gefühle kennenlernen und vielleicht ihnen sogar ein Etikett aufkleben, desto einfacher wird es sein, im täglichen Leben, das auch weiterzuführen. Hier ist es einfacher, weil nicht so viel geschieht. Im täglichen Leben sind so viele Dinge, die uns davon abbringen, aber hier geschieht ja nichts. Hier kann man es erkennen und ersetzen. Und dieses Ersetzen, wenn man es ein oder zweimal gemacht hat, merkt man, wie wichtig, wie erfreulich das ist, dass man Meister geworden ist seiner eigenen Gefühle. Man braucht sie nicht mit sich rumzutragen, wenn sie negativ sind. Man kann sie mit etwas anderem ersetzen. Selbstvertrauen kommt davon hoch und ein Gefühl des Befreitseins, nicht mehr der Sklave der eigenen Gefühle zu sein, sondern in der Lage zu sein, da sie in etwas anderes umzuwandeln. Und dieses Gefühl der Selbstvertrauens und das Gefühl des Freiseins von diesen Unangenehmigkeiten, die da hochkommen, machen es auch leichter zu meditieren. Selbstvertrauen und Unabhängigkeit von den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderen Emotionen sind notwendig, um die Meditation einmal wirklich erfolgreich durchzuführen. Wenn wir das ersetzen, machen, nur ein oder zweimal, so bekommen wir auch ein Gefühl dafür, wie wenig glaubwürdig unsere Negativitäten sind. Das merkt man nun schon bei der Meditation. Wenn die Gedanken hochkommen, die sich über irgendetwas handeln, um irgendetwas handeln, überhaupt nichts mit der Meditation zu tun hat, wissen wir schon, dass das ganz unsinnig ist. Also wir brauchen unseren Gedanken nicht mehr zu glauben. Sie kommen einfach und gehen wieder. Dasselbe ist mit den Emotionen, die kommen und gehen. Wir müssen ihnen nicht nachjagen. Wenn wir jedem Gedanken nachjagen und jeder Emotion nachjagen, kommen wir ja nie zum Meditieren. Und wenn wir im täglichen Leben jedem Gedanken und jeder Emotion nachjagen, kommen wir auch zu nichts. Und im Allgemeinen sind wir dann abends so todmüde davon, dass wir ganz froh sind, dass man endlich mal ins Bett fallen kann und nicht mehr den Emotionen und den Gedanken nachzujagen braucht. Wenn wir erkannt haben, dass sie einfach kommen und gern noch wieder gehen, haben wir den Anfang gemacht, um Gedanken und Gefühle, die Gedanken bei der Meditation, die Gefühle hier als zweite Grundlage der Achtsamkeit, einmal Meister ihrer zu werden und nicht mehr von ihnen herum geschubst werden. Der Buddha hat uns verglichen als Sklaven, wenn wir uns von unseren eigenen Emotionen herumziehen lassen. Wir können aber Meister der Situation werden. Das Ersetzen mit dem Gegenteil ist die Richtlinie dafür. Die zweite Grundlage der Achtsamkeit Erkennen der Gefühle das Gegenteil von unserer schlechten Wurzel des Hasses lieber als das wichtige Element der Herzensqualität erkennen und wissen, dass es erlernbar ist, wenn man den guten Willen dazu hat. Und das Ersetzen immer zu praktizieren, nicht nur in der Meditation, sondern außerhalb der Meditation. Deine und Deine Die Untertitelung des ZDF, 2020